Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben hier sehr viel von rum gesehen und ich fand, es war sehr beeindruckend. Am größten war eigentlich dann die Erfahrung in der Gruppe. Da gibt es natürlich auch, wenn man zu lange auf einem Haufen ist, ist es auch anstrengend, aber natürlich dann trotzdem auch einfach super. Mir hat die Papst-Audienz gut gefallen, weil so viele Ministranten da waren und der Papst auf Deutsch gesprochen hat. Es waren so unglaublich viele Leute auf diesem Riesen-Petersplatz und es war so eine krasse Stimmung. Und ja, das war einfach der Höhepunkt von der ganzen Rom-Wahlfahrt jetzt. Aber auch ganz Rom war voll von Menschen und von Jugendlichen. Man hat irgendwelche auf der Straße getroffen und einfach sich mit denen unterhalten und auf Deutsch alles. Besonders gut gefallen hat mit der Papst-Audienz, weil ich in der zweiten Reihe gestanden bin, habe ich den Papst sehr gut fotografieren können. Leider konnten wir ihn nicht ganz sehen, weil wir ziemlich weit hinten standen. Aber es hat mich wahnsinnig gefreut, als er auch die Predigt auf Deutschland gehalten hat. Es war fantastisch. Wir waren irgendwie nur zwei oder drei, vier Meter von ihm entfernt. Und mal den Papst so nah zu sehen, es war einfach total cool. Es war auch sehr anstrengend, weil es ging alles so hektisch. Rom ist hektisch, da ist Chaos und auch sehr gefährlich in den Taschendieb. Wir haben mehrere entdeckt. Wir haben viel erlebt. Wir sind die ganze Zeit durch Rom rumgerannt. War aber eigentlich ganz cool. Ja, abends dann noch im Hotel gechillt. Wunderschön natürlich, wenn wir uns das anschauen, aber auch natürlich voll anstrengend. Wir müssen uns erstmal an die Temperaturen hier gewöhnen. Und wir sind alle, glaube ich, total müde und kaputt.